Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Mit welchen Kräften, mein Führer? Dann entblüßen wir die Westfront! Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Wenck noch eingreifen kann. Es ist unwahrscheinlich, dass Wenck mit seinen wenigen Verwänden der Roten Armee... Wieso behaupten Sie einen Angriff, Wenck sei unwahrscheinlich? Wenck hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Kapitulieren! Niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen! Ich melde, der Führer ist tot. Wieso behaupten Sie einen Angriff, Wenck sei unwahrscheinlich? Wenck hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Ja, 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 ja!